Also irgendwie, glaube ich, lebe ich im falschen Film oder in der falschen Welt oder in einer ganz anderen Welt, als das, was sonst los ist. Ein Junge geht in die Förderschule und schießt einem anderen in den Kopf. Das gab es zu Peter Lustig-Zeiten nicht. Ja, der hat den Kindern noch was beigebracht im Fernsehen. Jetzt ist jeden Tag irgendwie das SEK unterwegs, Polizei mit einem Großaufgebot und irgendwo passiert etwas, was man sich so gar nicht hätte vorstellen können. Ja, hier, wie gesagt, nehmen sie den Jungen fest, der das gemacht haben soll. Ich sage immer, mutmaßlich, das ist ein ganz wichtiges Wort in dieser Zeit. Denn ich war persönlich nicht vor Ort und ich war auch nicht in dem Klassenzimmer. Ich bin ein Mensch. Ich sage mal so, ich glaube meistens nur das, was ich sehe, was ich persönlich sehe. Wenn zum Beispiel jetzt eine Löwin vor mir stehen würde, dann würde sie direkt vor mir stehen. Dann würde ich das auch sehen und auch glauben. Aber dieser Schüler, der ist ja von allem guten Glauben abgefallen und ist einfach in die Klasse spaziert und hat dann mutmaßlich den Schulkameraden erschossen. Ja, eiskalt. Wie eine Killermaschine. Das muss man sich mal reinziehen. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer in Deutschland oder auf der Welt natürlich, aber wir sind in Deutschland. In einem sicheren Land. Ja. In einem wirtschaftlich eigentlich sehr, sehr starken Land. Deutschland war und ist nach wie vor die stärkste Wirtschaftskraft in der Welt. Jedenfalls habe ich das mal gehört, dass es so war. Mal gucken. Also ich möchte nicht den Job eines SEK-Beamten oder Polizisten machen, weil es ist wahnsinnig gefährlich. housen. Dass wir sie aber funktionieren. Weil ich mich nicht alles wissen. Jetzt kleidenそite die Auf undерung haben einen Einstieg All-内ung, sondern bohderisch.